ich wünsche einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen markt update der s&p 500 hat nach einer mehrtägigen korrektur wieder zu einem neuen aufwärts impuls angesetzt aber die wichtigsten widerstände lassen da nicht lange auf sich warten schauen wir mal auf die charts den risiko und weiß gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung versprechen der s&p 500 hat am freitag nach einer abc korrektur wieder gedreht zuerst notierte der index im minus doch der rückgang wurde dann als kaufgelegenheit gesehen am ende wurde die sitzung mit einer bullischen hammer kerze beendet also eine kerze mit einem langen unteren schatten gestern erholte sich der index weiter und schloss auf der höhe des tageshochs und jetzt wird es besonders spannend es gibt nämlich zahlreiche widerstände es gibt die hochs der vorwoche bzw das darüber liegende jahreshoch und auch noch das 78,6 prozent retracement der folgen abwärtsbewegung die im august begann hier würde sich entscheiden ob es einen langfristigen richtungswechsel gibt oder ob der abwärts trend nochmals fortgesetzt wird gehen wir mal runter in den vier stunden chart die kurzfristige richtung könnte vor allem von der reaktion auf folgende zone vorgegeben werden und zwar gab es nach diesem hoch eine sehr dynamische abwärtsbewegung und durch diese dynamische abwärtsbewegung sind ungleichgewichte am markt entstanden und in der regel kommt der markt in diese ursprüngliche bereiche wieder zurück das heißt entweder sehen wir einen durchbruch nach oben oder eine schwäche und ein erneutes nachgeben ein rückgang würde jedoch nicht direkt bedeuten dass die verkäufer dann wieder übernehmen der kurzfristige trend ja seit einigen kerzen auch wieder aufwärts gerichtet ist aber die verbraucherpreisdaten die heute um 1430 veröffentlicht werden könnten uns da einen richtungsweisenden impuls liefern lasst gerne einen daumen da wenn euch die analyse gefallen hat und mehr content gibt es dann in meinem video von heute morgen den link gibt es wie immer unten in der beschreibung viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal